Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendenkursche. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass es dabei ist. Bis heute habe ich erstmal das optische Zeichen der Piraten hinzugefügt. Das muss einfach sein. Und dann habe ich einige Fässer platziert. Und wenn ich einige sage, meine ich viele. Es sieht jetzt so ein bisschen... Das fällt mir jetzt gerade ein, pass auf. Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie aus dem Asterix und Obelix Film bei den Briten. Da ist ja auch das Zaubertrank fast weggekommen bzw. beschlagnahmt worden. Und dann ist es irgendwie in so einem Weinkeller, ja weiß ich nicht, versteckt worden, meine ich. Es ist schon einige Zeit her, als ich den Film gesehen habe. Aber ich erinnere mich noch an ein paar Szenen, zum Beispiel, wo dann die Römer die Verkostung machen und dann stockbesoffen, sturzbetrunken, da durch diesen Weinkeller laufen und dann alle jedes Wein probieren, bis die dann irgendwie versuchen, dieses Fass zu finden mit dem Zaubertrank. Auf jeden Fall ein sehr geiler Film. Asterix und Obelix sowieso. Dann habe ich heute noch ein paar Säbel hinzugefügt. Und ich hatte eigentlich ehrlicherweise gehofft, dass es kleine Säbel gibt. Aber irgendwie gibt es nur diese überdimensionierten großen Säbel. Im Tool-Creation-Set gibt es garantiert welche, aber davon sehe ich ja natürlich ab. Und auf der, ja wie nennt man das eigentlich? Also es ist ja eigentlich ein Geländer, aber da ist, ja warte mal, da kommen zwei Geländer zusammen. Die Zusammenführung der Geländer, ja. Da habe ich dann auch noch mal ein paar Fässer platziert. Also es soll auf jeden Fall so eine kleine, weiß ich nicht, Whisky-Weinsammlung der Piraten auf jeden Fall darstellen. Gefällt mir auf jeden Fall. Und heute, muss ich ganz kurz sagen, habe ich Beleuchtung hinzugefügt. Ja, ich nehme das schon mal vorweg. Und die Beleuchtung war mehr oder weniger leicht. Und wenn ich leicht sage, war es sehr schwer. Oh, das Steuerrad musste natürlich auch platziert werden. Ich werde natürlich noch hier und da ein paar Dekorationen platzieren. Da werden noch ein paar kommen. Aber ich hatte mir gedacht, ich hatte heute irgendwie voll Bock auf Beleuchtung. und diese Lampen passen optisch sehr gut hin und visuell. Also optisch und visuell ist eigentlich das Gleiche. Aber ich meine jetzt von der Leuchtkapazität und Leuchtkraft her. Also die passen wirklich. Also vom Ambiente her sind die sensationell. Und das ist noch nicht das, wovon ich gerade gesprochen hatte, das Schwere. Sondern das Schwere kommt gleich und das steht auch im Titel. Also das wird jetzt richtig gleich schwer. Ja, denn ich habe für die ganze Folge 39 Minuten gebraucht. 39 Minuten für ein paar Fässer. Die waren ja relativ schnell platziert. Dann ein paar Lampen. Die waren auch relativ schnell platziert. Ich wollte eigentlich immer die so, also im Innenbereich platzieren. Das heißt nicht an der Außenfassade, sondern an der Innenfassade. Innenbereich sieht auch sehr, sehr gut aus. Aber dann wollte ich natürlich... Komm jetzt da hin. Ich will da langsam anfangen. So, dann wollte ich natürlich grüne Beleuchtung für die Blumen. Und ich kann ja nicht... Ja, theoretisch kann man einfach die da hinstellen oder hinhängen. Ja, weil ich habe ja gesagt, man darf die ruhig sehen. Aber wenn du ganz ehrlich bist, die Freizeitparks, man sieht halt, dass da Lampen sind, aber die dekorieren die. Ist ja so. Und dann habe ich angefangen zu dekorieren. Und das Dekorieren hat lange gedauert, weil ich musste eine Lösung finden. Und diese Lösung musste auch noch gut aussehen. Die musste auch noch zum Thema passen. Und das ist nicht ganz so einfach gewesen. Wobei mir jetzt gerade einfällt, ich glaube, ich habe eine Lampe vergessen. Huch. Und zwar diese. Die habe ich, glaube ich, nicht so ganz dekoriert. Ja, okay. Die muss ich auch anders dekorieren. Weil das, was ich jetzt gleich mache, passt nämlich tatsächlich nicht dorthin, sondern nur an die Wände. Siehst du jetzt gleich, was passiert? Pass auf. Jetzt ist er da erstmal hektisch am Suchen. Vielleicht so ein Holzbrett da drunter setzen. Das Problem ist aber, dass die Wand natürlich nicht so dick ist. Heißt, ich musste eine Lösung finden, die relativ schmal ist, die man eventuell individuell verbreitern kann. Oder eine Lösung finden, die, naja, direkt passt, die man nicht verbreitern muss. Aber die darf auch nicht zu breit sein. Und deswegen, da war ich echt am Hin und Her überlegen. Und ich war erst so dran, komm, dann machst du die nächste Folge weiter. Nee. Und dann wollte ich es durchziehen. Weil ich hatte dann diesen Ehrgeiz, ja, jetzt muss es aber irgendwann mal passen. Jetzt muss es irgendwann mal klappen. Und Holz war schon mal ein guter Ansatz. Ein sehr, sehr guter Ansatz. Aber nicht in Plankenform. Pass auf, da hat mich tatsächlich was gestört. Und zwar, dass das Licht gegen die Planke kam. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Und ja, ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich das komplett verkleiden soll. Weil ich hätte keine Planken, die ich rechts und links setzen konnte, die kleiner waren. Weil sonst hätte ich so ein Quadrat gehabt und das sähe natürlich auch wieder doof aus. Und ich habe alles ausprobiert. Fast alles. Also, ich habe sämtliche Kreationen ausprobiert. Aber ich glaube, ich habe da eine Lösung gefunden, die okay ist. Die wirklich okay ist. Denn, äh, jetzt mach ich eine... Pass auf, das sieht jetzt so ein bisschen aus wie so ein Ikea-Regal, ne? Und da dachte ich mir, näh, näh. Ganz ehrlich, die Attraktion ist für meine Verhältnisse gut thematisiert. Und das wollte ich auch beibehalten. Und dann sah das mit diesem Ikea-Regal nicht so ganz prall aus. Und dann dachte ich mir, ach, setzt die doch in so ein Fass rein. Das Fass ist rund. Das Fass ist nicht zu breit. Das Fass ist optimal hoch. Sieht optisch sehr gut aus. Passt eigentlich perfekt zu dieser Lampe. Und ich wollte diese Lampe. Ich wollte keine andere Lampe. Ich habe ja schon des Öfteren gesagt, die gibt einfach ein ultra gutes Licht ab. Das Problem bei diesem Fass ist, es ist rund. Ja, jetzt wird der ein oder andere denken, Fässer sind halt rund. Ja, das stimmt. Aber die Lampe, die ich da drin verbaut habe, sollte mittig platziert sein, hatte ich mir überlegt. Und, pass auf, jetzt kommt's. Die sollte nicht zu sehen sein. Ja, mach das mal. Versuch das mal. Das ist nicht ganz so einfach. Ach so, ja, ein bisschen Realismus musste natürlich auch sein. Und da hatte ich mich halt für die Haken wieder entschieden. Nur der Haken an der ganzen Sache war, dass die halt irgendwie nicht miteinander harmonieren wollten. Und dann fiel mir ein, ach ja, die kannst du ja eigentlich, guck mal, entweder so setzen. Aber das war dann nicht symmetrisch. Pass auf. Und dann fiel mir eine ganz gute Lösung eigentlich ein. Und dann, wir drehen die einfach. Also diesen Haken im Fass drehe ich einfach um 180 Grad. Et voilà. Hast du da einen mittig zentrierten Haken, der die ganze Sache hält. Und ja, auf jeden Fall, da hab ich echt ein bisschen hin und her überlegt. Ich hatte erst überlegt, die weiter nach vorne zu setzen. Aber ich wollte mittig haben, ne, die Lampe. Und ja, dann hatte ich überlegt, ach so, nehmen wir ein paar Bretter. Aber Bretter sind zu lang. Bretter sind einfach viel zu lang für die Wand. Und da ich ja nicht überall, ich wollte ja die gleichen Fässer natürlich überall haben. Da ich, ich glaub, da, also in dieser Situation hatte ich einen Hohlraum hinter. Aber in der anderen nicht. Und deswegen konnte ich das nicht machen. Dann hatte ich überlegt, ach komm, nimmst du diese? Weil da ist nämlich das Praktische, die gibt's in einem Meter Format. Ich hatte auch nach einem Meter gesucht. Da siehst du es. Aber, da wird irgendwie was ganz anderes angezeigt. Also nicht ein Meter Länge, sondern ein Meter, keine Ahnung, was. Ich weiß, du, Umfang. Ich hab keine Ahnung, was da angezeigt wurde. Passte irgendwie nicht. Ja, und dann kam ich zu der Lösung. Aber die war zu breit. Also die fand ich ein bisschen zu dick. Und ja, ich war echt da herum experimentieren, ausprobieren. Was am besten aussieht. Weil das Problem war auch, also, Platz nach hinten. Dann muss das optisch gut aussehen. Also, das heißt, es soll nicht irgendwie so reinglitschen. Okay, muss natürlich ein bisschen reinglitschen. Aber dann muss das auch passen. Das muss optisch irgendwie passen. Dann hab ich überlegt, die Lampe nach unten zu ziehen. Aber dann war ja der Effekt, naja. So hätte ich halt die Halterung hinbekommen, ja. Aber dann hätte die Lampe nach unten rausgeguckt. Und dann wäre das fast eigentlich hinfällig gewesen. Das hätte ich ja gar nicht gebraucht. Also hatte ich mich für eine Lösung entschieden. Ich weiß nicht, wann der, jetzt glaube ich, wird der langsam dazu kommen. Ich glaube, der findet jetzt gerade die Lösung. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Der Übergang ist eigentlich ganz gut. Ist so ein Abstandshalter zur Wand. Passt, wackelt und hat Luft. So, und das Grüne ist auch versteckt. Okay, das Grüne ist noch nicht versteckt. Moment, der sucht jetzt gerade noch panisch, ob da noch was Breiteres geht. Das wäre gar nicht schlecht gewesen, was der gerade hatte. Fällt mir jetzt gerade im Nachhinein auf. So, guck mal. Warte, warte. Ja, und dann kopieren wir uns das einmal rüber. Weil jetzt habe ich auch genug, äh, so passt das. Das sieht aus wie so ein Abstandshalter zur Wand, dass das fast nicht hin und her baumelt. Gefällt mir. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann, weil jetzt kommt gleich wieder dieser Überblendeffekt. So, da hast du nämlich sehr wenig Platz nach hinten. Und deswegen musst du einfach da so eine Lösung finden. Ist einfach so. Also, bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.